der würde sich ärgern der rookie mit der on-board kamera der lager von der sehr guten position sehen wir noch mal was da passiert ist aus der fahrer perspektive da kommt er quer da kommt er quer und hält den helmen fest clever gemacht dass er die hände vom lenkrad genommen hat denn da hätten locker die handgelenke kaputt gehen können das eben noch mal also unfassbar würde man im tennissagen oder druck hat er selbst sich ein bein gestellt auch wahrscheinlich unter lernprozess